Oh, hi Leute, na? Wie geht's? Das ist wirklich ein bisschen komisch an, dass da vor euch im Boden, im Gulli, ein kleines Indie mit dem Augsprecher steht. Ha, das wird ein Spaß. Das ist ein wirklich schönes Hemd. Sieht echt gut aus. Fahrradfahren ist hier verboten. Absteigen. Bitte absteigen. Fahrradfahren ist hier verboten. Absteigen. Ey, die Tasche sieht ja mega gut aus. Wo hast denn die her? Entschuldigung, woher ist die Tasche denn? Die sieht super gut aus. Hier ihr zwei Beiden, ihr habt da was gerade fallen lassen. Hebt das mal lieber auf. Hier hinter euch. Guckt mal. Da liegt sie auf dem Boden. So, hier ist dieser puschlige Hund. Bei folgender Sache kriegst du einen Euro. Der Hund läuft jetzt vorbei und du sorgst dafür, dass der Sitz macht. Genau. Wenn du das schaffst, hast du einen Euro sicher. Na Hundi, Hundi, mach Platz. Hundi, hey. Platz. Platz. Platz, ja. Ey, komm, gucken. Platz. Gleich sitzt da, gleich sitzt da. Platz. Hallo, junge Frau. Kann ich Ihnen beim Tragen behilflich sein? Brauchen Sie Hilfe? Das sieht sehr schwer aus, was Sie da tragen müssen. Ich bin hier unten im Gras. Ich bin Karl der Käfer. Platz. Der Hund hört aber echt nicht gut, muss ich sagen. Schlecht erzogen. Platz. Jetzt sind Sie hier. Und jetzt ist Platz, ne? Platz. Sitz. Lauf. Ja, er macht es. Bitte verlassen Sie diesen Bereich. Telefonieren ist hier strengstens untersagt. Schneller. 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 Noch schneller. Ganz schnell. Sie sind ja immer noch da. Entschuldigung, kriege ich was von dem Eis ab? Kann ich etwas abbekommen von dem Eis? Das sieht sehr lecker aus. Und sie sitzt wieder. Sie sitzt. Alles gut, sie sitzt wieder. Sie hat uns nicht entdeckt. Oh, oh, oh. Ich glaube, sie ist... Was ist da los? Skepsis? Ich glaube, wir müssen die Mission abbrechen. Wir müssen die Mission abbrechen, Leute. Sie zeigt auf irgendwas. Sie hat irgendwas im Boden gesehen. Was ist das? Dumm gelaufen. Ha, ha. Was ist das so mies? Lass dir schmecken. Das ist ein Dürrüm, oder? Super lecker. Tschüss. Winke, winke. Schickes Hemd, der Herr. Steht Ihnen echt gut. Oh Gott, er hat mich. Er hat mich entdeckt. He, 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 he. Meine Fresse, was ist das denn? Hat hier der Justin Bieber-Fanclub-Wandertag oder was? Meine Güte, ey. Nur Idioten hier unterwegs. Ja, genau ihr. Ja. Könnt mal bitte nicht so nah an mein Haus rangehen? Ey, was soll denn das? Guckt euch an, ey. Hallo, ob du mal weiter gehst? Hier gibt es nichts zu sehen. Oh, Schiet! Kinderwagenschieben ist hier strengstens untersagt. Bitte bleiben Sie auf dem Hauptpfaden mit Ihrem Kinderwagen. Ich hab nichts verstanden. Was? Was ist passiert? Bist du da runtergelaufen, hat es gehalten, Sie dürfen nicht mit dem Kinderwagen weiterfahren. Falsch. Da muss ich irgendjemandem Spaß erlaubt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie dürfen hier leider nicht mit dem Kinderwagen lang. Es ist illegal. Hallo, hallo, ist da jemand? Hallo? 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 Ja, ich hab mein Handy liegen gelassen, irgendwo auf dem Goetheplatz, glaube ich. Ja, das liegt hier auf dem Goetheplatz, unter dem Ball. Oh, okay. Es kann sein, dass meine Oma da noch ist. Ist da irgendwo eine Frau mit Krücken? Ja. Könnten Sie dir einfach das Handy geben? Die weiß dann schon Bescheid. Sagen Sie es von Matthias. Okay. Oh, nett, danke schön. Kein Problem. So, ihr geilen Leute. Ich hoffe, dieser kleine Streichkart eben hat euch nicht davor abgeschreckt, auch in Zukunft mal gute Taten zu erbringen. Shoutout an den geilen Typen gerade eben, der da so hilfsbereit war. Generell hoffe ich, dass dieses Video so ein bisschen wieder den Howsome Vibe getroffen hat, den ihr gewohnt seid. Generell gab es ja so ein paar Leute, die das letzte Video, das Donald Duck Video, ein bisschen mean-spirited fanden, sag ich mal, wie der Neufranzose meint. Und das ist nicht der neue Standard. Das kann mal passieren. Ich habe auch ein kleines Statement dazu geschrieben, wie es dazu gekommen ist. Aber egal, das nächste Video wird noch mehr Howsome. Wenn es euch gefallen hat, guckt gerne mal auf Patreon vorbei. Support ist richtig, richtig geil und hilft ungemein. Ansonsten schaut gerne auch mal bei Twitch vorbei heute Abend. Das wäre der Wahnsinn. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott, die Kamera!